wir zocken eine runde videoball der andy und ich gegen den bruder und den sascha dabei alle angeschossen ich glaube ich habe das letzte mal mit maus und tastatur gespielt und nicht so und wenn ihr mit dem menschen block setzte wenn ihr mit dem schuss den spieler trefft dann bewegt er sich auch weg und ihr unterbrecht seinen schuss damit jetzt check ich das ja mal ein touchdown ja das sind block gesetzungen aber wie sitzt man den blocker ich glaube einfach noch länger gedrückt halten dann hat man so dass ich mich schießen ja was weg richtig gut bekommen das ding die blöcke kamen aber auch kaputt ja ich sehe es da der hand spielt ist man gesehen der lebt da so viel auf mein bodo kaputt ich bin hier ball gefahren ich muss recht es aber da man darf den ball nicht spielen ja das problem ist dass du mich auch stört ich bin gefühlt auch die ganze zeit in der defensive weil wo wirst du ja mal der nächste kommt mit das natur ist ja mal richtig scheiße ich verkack immer die stufe ein zu vor dem halt das schon wieder ein block gesetzt welcher ist denn die stufe wo du schießt äh die hier glaube ich hä ich sitze ja mal der bruder ist da mal profi drin ey der bruder und ich sind im team beide profis wo du schießt weil die lief mich die ganze zeit ab oder ich bin im weg je nachdem guck mal ja guck mal das slam dunk mein gott ja das ist jung alter ich beschäftige dich mach du das weiter das ist nicht easy das war echt einfach das war eine wrong spiel das war auch direkt angemacht das ist die aufnahme rematch sehr stark gut du auch du auch du auch jetzt wird geswitcht aber ich hab's halt durchgewechselt ok jetzt ist alles wie ein match wer will ich denn jetzt nach links ja ich gewinne hey hey das ist doch schade ja ich hab's gesehen das ist spät bayern hey sascha willst du mich verarschen für wen spielst du hey wieso denn was ist denn du hast jetzt dreimal meine schüsse abgeschossen sodass die ein tor machen könnten ja es wird zu viel mit den pfeilen hier alter der bruder ist auch so ein anti-mate hey da gibt's andere bälle jungen ja ich bin nur hier oben nice buuuu halt ihn ja da geht er rein scheiß geht der buuuu defensive jungs buuuu 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 bei den andi hier weg momen wieso war deiner stärker als meine mein schuss Alter ich hab keinen primeras buuuu jo alter was ist das schön geblockt sascha jo und noch einer guck mal ooo 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 diese minisekunde zwischen super schuss und geblockt oder zu bekommen aber wieso von hier rechte gut erwischt haben ja ich habe abgelenkt manche so richtig da dran so geht der vorbei der fall ist sinnlos dass du den dass er so schnell wird dann das ist ein faulspiel das ist ein faulspiel nämlich hier abschießen machen die lacker treffen den ball nicht und treffen ich hab geblockt und beim körper nur glück kommen das ist echt das verstehe ich auch nicht warum wir dann so schnell wird macht keinen sinn wenn du willst ist genauso wie ich auf lande ist das hat so ein mini ding das tut weh wenn du das hast das macht kein bock alter das beschissen ist ich rat den auf alter trifft den stürmer ist das kommt doppelt so schnell du musst dann glaube ich noch mal schießen das ist nicht nur die frage ich glaube ich habe eine moppel drüber ich habe eine moppel drüber die letzte kombination gucken wer also ich habe 20 klicken ich kann so dass er sich nicht gemischt aber an die wir machen das jetzt ja Ah, ich bin abgelenkt. Oh nein. Oh, nicht die Defense hier. Shit. Aber nicht spam einfach. Oh, schön geblockt. Ich will mich abschießen. Ja, das ist, weil er mich hier... Oh, ja. Noch einer kommt. Ah, Junge. Noch einer kommt. Oh, der war schön hier. Ich hab immer da geblockt. Ah, nee. Scheiße. Ja, du hast wieder geschossen. Ja, oh. Oh. Oh, ich hab den in die Bahn schießen für dich. Alles gut. Hä? Warum ist mein Schuss kaputtgegangen? Weil ich meinen da aufgeschossen hab. Ja. Ach, ihr Lacker, ey. Ich krieg's nicht hier. Ich mach immer diese blöden Blöcke, ey. Oh, ey. Das ist reines Glück, ey. Nein, das ist Skill, ey. Ja, der kriegt so'n Boost und jeder, der ihn dann abschießt, der kriegt so'n Gegen-Boost. Ah, nee. So'n taktisch viel, ne. Was bist du so weit vorne? Ja, aber du hast eben hingeschossen, wo überhaupt nix ist. Nur ich war da. Ja, weil hier voll die Kontrolle hat, Alter. Ja, wo man hinschießt schon. Ja, was machst du dazu? Ist kein Minecraft hier, Alter. Ja. Ja, ich bin immer im Weg, ne. Alles gut, alles gut. Ach, das Game ist direkt. Versuch die Plötzlikuppe zu machen. Ey, das ist das beste Spiel, was wir heute Abend spielen. Mhm. Jo, ich hab den geblockt. Getop-blockt. Nice. Ja, ja. Jetzt. Los, geh durch. Komm schon. Schieß doch. Ah, ein bisschen zu früh. Ja. Rein. Oh, Mann. Rein in die Holger. Oh, Mann, ey. Wie ich immer das Timing hab, dass ich da reinrutsche, ey. Ey, wie du, wie du auch noch das Glück hast, dass du gegen mich bist. Und ich den dann nicht wegschießen kannst. Und viel. Krassbar. Null Skill. Überhaupt mit Null Skill. Ey, wenn ich was kann, dann ist es im Weg stehen. Ohne Witz. Komm, ein. Guck mal, ob das Teams jetzt nochmal durchgemischt werden. Dann sind wir im Bude-Spiel. Ja, Mann. Eins geht noch. Ich glaube mal gewinnen. Los, Andy, komm. Lässt uns einfach nicht zusammenspielen. Alter. Wäre unfair, wenn 3-0 mit 0-3 zusammenspielen würde. Ah, andersrum. Alter, jetzt stimmt's. War einfach klar, ey. Ach. Oh, Nibelberger, ey. Das bin ich. Alter. Jo. Ey, warte mal an. Ey, was ne Scheiße. Was war das denn, Sascha? Warte. Da ist noch ein. Oh. Ey, und dann leckt die Kacke hier auch noch. Oder was ist das? Immer diese komische Wugler. Puh. Alter, was? Der wurde halt richtig hart geblockt. Er setzt. Was, Soldat? Das Ding wurde nicht mehr größer. Der Kreis wurde einfach nicht mehr größer. Oh, das Ding wurde nicht mehr größer. Das war ein 3-0-G-Set. Der Kreis blieb auf der zweithösten Stufe. Ich konnte nix mehr machen. Jo, der ist schön. Oh, Mist. Nein. Ja, der ist Sascha, ne? Ganz direkt. Einfach Oberschießen. Ah, jetzt hat der Wudo den Extraspeech begonnen. Nein, Junge. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Oh, jetzt kommt der noch dazu. Oh, jetzt sind wir nicht Charterpalten. Hier vorne. Ja. So sinnlos. Hä? Oh, shit. Ja, oh, der geht nie rein. Ja, links. Hä? Wo bin ich da? Schön nachdem. Was? Kein Wooster gegeben? Ah, mies. Oh. Guck mal, warum schießt du mich weg? Ah, der stört den Block selber. Oh, jetzt ne... ...tackstapper. Was ich gesagt? Ich will da nicht. Ich will da nicht. Oh, der ist ja. 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 der allein. Oh nein. Die sind eins. Nein! Oh, shit. Ich weiß kein Weg. Altai. Ich fliege auf die ganze Map, ey. Mann. Jungs, mach dir da! Da war's, Alter! Weg mit dir! Oh! Ja, Mann! Was? Boah, mies! Mann, lass mich! Ja, geht nicht an! Guck dir den Lacker an! Ey! Einfach nur, weil er durchgeht, schießt! Nice, nice, nice! Oh, ey! Der Budo darf das Fein los schicken, Alter! Ding! Ah, shit! Wie lässt du auch so? Boah! Oh, ja! So sinnlos, Alter! Juuu! 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 Ach, komm! Komm! Alter, mich in einem Dribble hier! Boah! Ey, ich kenne ganz zu viel, Alter! Mensch, mal ein Spiel, was ich kann! Sorry, Bro! Das kannst du echt, ey! Cocklong! Boah, noch eine Kombi! Oh, shit! Ey, der Pfeil, ne? Alter! Der Pfeil! Schmetterwald! Alter, hör doch mal auf, Alter! Wann ist das für ein Gespame? Quatt! Der Machi! Einfach! So sinnlos! Ich hab auch festgestellt, dass man mit A aufschießen kann, Alter! Womit hast du denn sonst geschossen? Ja, mit OMRT oder so! Achso, ich hab die ganze Zeit A benutzt! Okay! Oh, Mann! Ja, nice! Ja, das war noch eine Runde! Ja, noch ein Remage, ne? Da hab ich mit Sascha gespielt! Ja, komm! Sascha Bruder ist leider schon rausgegangen! Reicht auch, oder? Das war eine Runde Videoball! Und da das... Die erste und letzte! Ich wollte grad sagen, das ist ein Spiel, was Sascha kann, wenn wir es wahrscheinlich nie wieder spielen. Schade! Ich hab's noch nie gespielt vorher, wollte ich dazu sagen! Aber krass, ne? Bis zum Nix! Mal! Reingauen! Reingauen! Reingauen!